Die Schlacht bei Pelagonia fand im September 1259 zwischen dem Kaiserreich Nikaie und dem Fürstentum Achaie in der Nähe der Stadt Pelagonia statt. Hintergrund Kaiser Theodor II. Lascares war 1258 gestorben. Sein Nachfolger wurde der junge Johannes IV. Lascares unter der Regentschaft von Michael VIII., der das byzantinische Reich wiederherstellen und das gesamte Gebiet, das vor dem vierten Kreuzzug beherrscht wurde, zurückerobern sollte. 1259 heiratete Wilhelm II. von Wille Hattauer, der Fürst von Achaie, anerkommenden Dukaina, Tochter des Michael II., Angelus Despot von Epirus und festigte damit die Allianz zwischen Epirus und Achaie gegen Nikaie. Ein weiterer Verbündeter war Manfred von Sizilien, ein weiterer Schwiegersohn Michaels, der sie mit 400 Rittern unterstützte. Die Schlacht 1259 fielen die Nikeer in Thessalien ein. Im September marschierte eine Armee auf Achaie und Epirus nach Norden, um ihnen zu begegnen. Die Nikeer wurden vom Sebastokrator Johannes Palaiologos angeführt. Nach der französischen Chronik von Morea bestand die Armee Nikeers neben den Byzantinern aus türkischen Söldnern, 2000 Kumanen, 300 Deutschen, 13.000 Ungarn, 4000 Serben und Bulgaren, einigen Wallachen, aber alle Zahlen, auch die von etwa 27 Kavalerie-Divisionen scheinen übertrieben. Johannes zog auch die lokalen Bauern zusammen und platzierte sie auf den Hügeln, sodass sie von weitem wie ein Teil seiner Armee aussahen. Johannes schickte einen falschen Deserteur zu Wilhelm und Michael, der die Truppenstärke der Byzantiner ebenfalls übertrieb. Der Herzog von Kärnten, der auch 300 Deutsche anführte, glaubte die Angaben nicht und brachte die Achäer dazu, zu bleiben, als sie sich schon zur Flucht entschieden hatten. Michael und seine Truppen hingegen gingen in der Nacht auf die Gegenseite über. Nach Georgios Pachymeres war der Grund für das Überlaufen ein Streit zwischen Michaels unehelichem Sohn Johannes und Wilhelm. Am nächsten Tag griffen die Deutschen unter dem Herzog von Kärnten die deutschen Söldner auf der Gegenseite an. Der Herzog fiel in der Schlacht, die ungarischen Bogenschützen töteten die achäischen Pferde und machten die Ritter dadurch wehrlos. Die achäischen Fußsoldaten flohen, die Ritter ergaben sich, Fürst Wilhelm floh ebenfalls und versteckte sich unter einem Heuhaufen in der Nähe, wo er bald entdeckt wurde. Er wurde zu Johannes Palaiologos gebracht, dem Bruder Michaels VIII, der den Feldzug befehligte und der Wilhelm gefangen setzte, bis er strategisch wichtige Festungen in Achäer den Byzantinern aushändigte. Folgen Johannes Palaiologos eroberte anschließend Theben und machte das Fürstentum Achaie bis dahin der stärkste fränkische Staat in Griechenland. Zu einem Vasallenika ist das Herzogtum Athen nahm bald dessen Stelle ein. Die Chronik von Moria erzeugt mit der Behauptung, der Herzog von Kärnten habe an der Schlacht teilgenommen und sei gefallen ein Problem. Der Herzog zu dieser Zeit war Ulrich III, der aber noch zehn Jahre lang nach 1259 regierte. Es ist zu vermuten, dass der Chronist einen Herzog als Gegenpaar zu Wilhelm erfand. Andere griechische Quellen, also außer Georgius Pachymerus, sind Georgius Akropolitis, Nikephoros, Grekoras und Georgius Spranzis. Die Chronik von Moria